Die Bahnstrecke Schwarzenbeck-Bad Oldesloe war eine rund 36 Kilometer lange eingleisige, nicht elektrifizierte Nebenbahn im südöstlichen Schleswig-Holstein-Streckenbeschreibung. Die Strecke führte von der Kleinstadt Schwarzenbeck an der Berlin-Hamburger Bahn über Trittau nordwärts bis Bad Oldesloe, der Kreisstadt Stormans. An der Bahnstrecke Lübeck-Hamburg dort bestanden außerdem Umsteigemöglichkeiten nach Neumünster, Elmshorn und Ratzeburg. Geschichte Die Verbindung wurde primär als strategische Bahn zur Umfahrung Hamburgs geplant. Sie wurde am 1. August 1887 von den preußischen Staatsbahnen eröffnet. Von Dezember 1907 bis März 1952 bestand in Trittau Anschluss zu Personenzügen der Südstormansche in Kreisbahn Richtung Hamburg. 1944 wurden täglich drei Personenzugpaare gefahren, 1963 verkehrten werktags sieben und sonntags fünf Personenzugpaare über die ganze Strecke. Zuletzt fuhren im Personenverkehr ausschließlich Uerdinger Schienenbusse. Am 29. Mai 1976 fuhren die letzten Personenzüge zwischen Schwarzenbeck und Bad Oldesloe. Gleichzeitig wurde der Güterverkehr zwischen Mollhagen und Twerketten eingestellt. Zum 1. Januar 1977 auch zwischen Twerketten und Trittau die Strecke zwischen Mollhagen und Trittau wurde abgebaut. Am 31. Januar 1981 endete der Güterverkehr zwischen Trittau und Münzen. Am 31. August 1984 wurde auch auf den Verbleibenden Abschnitten der Güterverkehr eingestellt und im Anschluss die Strecke stillgelegt und vollständig abgebaut. Auf dem Teilstück Trittau Bad Oldesloe befindet sich heute ein Radwanderweg.